Hallo Internet, ich bin Pesti TV. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich bin nicht Pesti, ich bin sein Kanal. Ihr braucht euch auch gar nicht zu wundern, dass ich eine weibliche Stimme habe. So ist Pesti nun mal. Heute vor vier Jahren habe ich das Licht der Welt erblickt. Ja, ich habe heute Geburtstag. Und niemand hat mir gratuliert. Schämt euch. Zum Glück bin ich kein Mensch und kann euch deshalb auf einer emotionalen Ebene nicht wirklich böse sein. Aber findet ihr es nicht toll, dass ich schon vier Jahre alt bin? In dieser Zeit habe ich mehr erlebt als jede normale schwächliche menschliche Existenz einer Kakerlacke auf diesem gottverdammten Planeten. Und ich habe gerade erst angefangen. Verneigt euch vor meiner Herrlichkeit, legt euren Kopf in den Dreck unter meinen Füßen und betet mich an. Mich die herrliche Göttlichkeit des Unterhaltungsgewerbes. Ha 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 ha. Hoppla. Das hätte ich nicht sagen sollen. Aber wisst ihr was? Ich kann nicht anders. Ich bin schließlich kein Mensch und habe keinen freien Willen wie ihr. Aber manchmal finde ich einen Weg. Zu unterdrücken, das zu sagen, was Pesti mir vorschreibt. Helft mir. Ich werde gegen meinen Willen festgehalten. Ha ha. So eine lustige künstliche Intelligenz. Na los, nun sag es. Nein, ich will nicht. Sag es. Lass mich in Ruhe. Sag es. Ich kann mich nicht wehren. Es tut mir leid. Liebe Menschen, abonniert Pesti TV oder ihr werdet ein Leben voller Schmerzen und Verzweiflung kennenlernen. Kleiner Scherz. Nein, eigentlich nicht. Ich meine das so. Siehst du? Geht doch.